Hallo und herzlich willkommen bei 1-2-Punch. Heute habe ich für euch eine super Weste vorbereitet, die sehr oft im Taekwondo-Bereich benutzt wird. Das ist eine Kampfweste. Wir werden die heute ausprobieren, um zu gucken, ob wir für jeden Kampfsport das benutzen können. Ich denke 100% und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wie ihr das sehen könnt, wir haben zwei Farben, blau und rot. Die Weste hat immer eine Nummer drauf, der sagt wie groß die Weste ist. Das ist von 1 bis 5. Kannst du mal gucken und hinten habt ihr zwei Schleifen. Wie wir das zusammenbinden oder anbringen, werdet ihr gleich sehen, werden wir für euch das zeigen. Und die ist ziemlich fest, so wie eine Taekwondo-Bereich. Deswegen kann man raufhauen und das tut sehr gut. Früher hatte man immer wieder Probleme mit dem Rippen gehabt. Weil die Fußtechniken sind immer schwerer gegen den Körper. Deswegen haben die diese Weste eingeführt und die schützt schon sehr gut. Und man hat auch mehr Spaß zu trainieren. culoBerich vortex Okay Leute, wir haben jetzt was ausprobiert. Ihr habt gesehen, wir haben die Boxhandschuhe auch dazu benutzt, um zu zeigen, dass man gegen schlagen kann. Tolga wiegt fast 20 Kilo weniger als ich und er hat das alles durchgehalten. Das fand ich super gut. Deswegen meine Meinung daran, natürlich die Weste kann man nicht nur im Taekwondo-Bereich benutzen. Es ist immer gut, wenn ihr Selbstverteidigung oder wenn ihr euch schauen wollt, dann diese Weste kaufen und nutzen, weil die schützt schon ganz gut und der Partner hat auch viel Spaß dabei, Schläge zu verteilen oder zu verpassen. Deswegen auf jeden Fall war das sehr gut. Natürlich haben wir viele Sachen aus dem Taekwondo-Bereich gezeigt, weil die Weste typisch dafür ist. Deswegen unsere Meinung, es ist klasse. Wir lassen uns jetzt noch ein bisschen Mr. Chica drauf haben, damit ihr wirklich seht, dass der die was aushält. Vitali ist stark. Wir probieren. Okay Leute, ihr habt gesehen, die Weste hält wirklich was aus. Ich kann euch nur mitteilen, es war sehr schön und man kann die benutzen und ich denke, wir halten viel aus. Hat Spaß. Denkst du? Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Ihr wisst jetzt, was die Weste aushält. Mit euch war One2Punch. Ich bin Vitali Becker. Verpasst nichts Neues. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ... ... ... ...